Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Stephansdom in Wien, die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Mein Name ist Karin Ristl, ich bin ausgebildete Sprecherin und möchte hier und jetzt neugierig machen auf meinem Projekt auf YouTube mit dem Titel Menschen und Künstler, die die Welt nicht kennt, aber braucht. Die Idee ist, dass es eine Interviewreihe werden soll mit Menschen, die selbstständig sind, künstlerisch aktiv sind oder sich wie auch immer selbst verwirklichen wollen. Wenn das Konzept steht und welche Eigendynamik mein Projekt entwickeln wird, nun, das weiß ich selbst noch nicht und bin selbst schon ganz gespannt darauf. Also, wenn die neugierige weg ist, wer sich hinter dieser Stimme verbirgt, dann dranbleiben und über meine Homepage www.karenristl.at auf YouTube oder Instagram einsteigen und verfolgen, was da alles so kommt. Ich freue mich.